Das Starship ist zu seinem zweiten vollintegrierten Flugtest aufgebrochen. Unglaublich. Reuters Recherche, Arbeitssicherheit bei SpaceX weit unter Branchendurchschnitt, mit schweren Unfällen und sogar einem Todesfall. ULA hat alle Teile für die erste Vulcan-Rakete bereit und spricht schon von R-Stufen-Triebwerk-Wiederverwendung. DLR-Vorstand mahnt zur besonderen Raumfahrtstrategie und warnt vor Fähigkeiten Schrotflinte in Europa. High Impulse SR-75-Rakete einsatzbereit, aber der erste Start jetzt von Australien aus. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute in den News an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX hat für das Starship die lange erwartete Startlizenz der Federal Aviation Administration, kurz FAA, erhalten. Die FAA gab am 15. November bekannt, dass sie SpaceX eine aktualisierte Startlizenz für das Fahrzeug erteilt hätte, denn sie habe feststellen können, Zitat, dass SpaceX alle Anforderungen an Sicherheit, Umwelt, Politik und finanzielle Verantwortung erfüllt. Der letzte Schritt zur Erteilung einer Lizenz war der Abschluss einer Umweltprüfung durch den US Fish and Wildlife Service, FWS, für die Aufrüstung der Starbase-Startanlagen in Boca Chica, Texas, insbesondere das Hinzufügen des neuen Flammen-Abweisesystems unter dem Starttisch, auf Englisch Deluge System. Dieses System soll das Potenzial für Schäden an der Startrampe verringern, wie sie ja beim letzten Starship-Start am 20. April aufgetreten sind. Der Fish and Wildlife Service kam zu dem Schluss, dass die Ergebnisse der ursprünglichen Überprüfung nach wie vor von wesentlicher Gültigkeit sind und die Bedingungen und Anforderungen der vorherigen Analyse und Genehmigung erfüllt wurden oder im aktuellen Vorgehen erfüllt werden. Das Starship ist zu seinem zweiten vollintegrierten Flugtest aufgebrochen. Unglaublich. Ja, nur etwas über einem halben Jahr nach dem ersten Start am 20. April hat SpaceX die größte und leistungsstärkste Rakete aller Zeiten, die gebaut wurde, erneut fliegen lassen. Diesmal auf einem ganz anderen Niveau. Aber von Anfang. Wie angekündigt, wurde von SpaceX kurz nach 12 Uhr MEZ der Start des Betankens bekannt gegeben. Die sogenannte Tankfarm, die sämtliche Betriebsstoffe der Starship-Rakete, aber auch die Arbeitsmedien für die Startinfrastruktur bereitstellt. Die hatte vorher schon sichtlich gebrodelt. Ja, mit etwa 4.600 Tonnen Treibstoff wurde dann die Rakete betankt. Da sowohl das Methan als auch der Sauerstoff tiefkalt-kryogen in das Starship gefüllt werden, bildeten sich die typischen Eismarken, die den Betankungszustand gut visualisierten. Der SpaceX-Livestream, der begann dann keine 30 Minuten vor der eigentlich geplanten Startzeit um 14 Uhr, beziehungsweise zu Beginn des 20-minütigen Startfensters. Der Countdown, der lief ohne Ereignisse wie ein Uhrwerk hinunter. Der wurde nur 41 Sekunden vor einem möglichen Start angehalten. Dieser Punkt, der wurde von SpaceX als Haltepunkt vordefiniert. Kurz nach 14 Uhr MEZ wurde der Countdown dann fortgesetzt und nur wenige Sekunden vor T-Zero konnten wir die Aktivierung des neuen Wassersystems beobachten. Das wurde ja notwendig, weil nach dem letzten Start ja ein riesiges Loch unter dem Starttisch geklafft hatte. Das Abgas hatte sich da richtig ins Startpad hineingefressen. Das, soweit wir das bisher beurteilen könnten, war diesmal nicht der Fall. Also dieses neue System scheint so zu funktionieren, wie SpaceX sich das vorgestellt hatte. Die 121 Meter hohe Rakete hob Kraft ihrer gesamten 33 Raptor-Triebwerke ab. Bis zur Stufentrennung konnten wir keine Ausfälle an Triebwerken beobachten. Also die Zuverlässigkeit der Triebwerke scheint sich um einiges verbessert zu haben im Vergleich zum letzten Flug, wo ja wirklich dann mehrere Triebwerke ausgefallen sind. Heiß erwartet wurde die neue Stufentrennung und tatsächlich funktionierte die, das sogenannte Hot Staging. Also der Booster hat die meisten seiner Triebwerke ausgeschaltet, nur die zentralen drei Triebwerke, Raptor-Triebwerke, haben weiter gefeuert und zeitgleich hat dann die Starship-Oberstufe seine sechs Triebwerke gezündet. Also sowohl die drei vakuumoptimierten als auch die drei Sea-Level-Raptoren. Und dann hat sich tatsächlich das Starship von dem Booster entfernt. Also die Stufentrennung mittels der Triebwerke hat funktioniert und gleichzeitig konnten wir beobachten, wie der Booster sich dann von Starship weggedreht hat und dann seine Triebwerke entgegen der Flugrichtung gerichtet hatte. Bei dem Boost-Back-Burn, also der Triebwerkszündung des Boosters, um den Booster wieder in Richtung der Startrampe zu schieben, wie es geplant war, muss dann irgendwas schief gelaufen sein. Im Stream konnte man dann beobachten, wie der Boost-Back zumindest gestartet wurde. Die Triebwerke haben gezündet und man konnte auch beobachten, wie die Geschwindigkeit des Boosters abgenommen hat, also die Triebwerke entgegen der Flugrichtung da Geschwindigkeit rausgenommen hat. Dann aber ging irgendetwas nicht nach Plan. Wir konnten im Livestream leichte Feuerspuren beobachten und auch die Triebwerke, wie sie dann angezeigt wurden auf der Infografie, wie sie weiter laufen würden, hatten ein doch durchmischtes Bild abgegeben. Auf jeden Fall gab es dann eine Explosion und wahrscheinlich wurde das automatische Flugabbruchsystem hier gezündet, was dann die Rakete auseinandergerissen hat, zumindest die erste Stufe. Was irgendwo auch eine Verbesserung zum letzten Flug ist, da ja da bei dem ersten Flug das Flugabbruchsystem 40 Sekunden lang nicht in der Lage war, die Rakete zu zerreißen, was viel Kritik seitens dieses Starts aus der Community, aber natürlich auch von vielen Experten als Resultat hatte. Die Starship-Oberstufe, die hatte wie gesagt gezündet, also sowohl die Sea-Level-Raptor als auch die Vakuum-Raptoren haben dann das Starship in Richtung der geplanten Flugbahn gedrückt und hier gab es dann kein Halten mehr in der Community spätestens. Also dass der Start überhaupt erfolgt war, war natürlich ein Riesenerfolg, aber dass es so weit kommen würde, das hatte ich persönlich nicht erwartet. Umso mehr hatte ich mich dann gefreut zu sehen, dass die Stufentrennung geklappt hat und dass der Booster dann geplatzt war, das war dann eher Kühe. Wir haben uns weiter einfach gefreut und haben dem Starship zugeschaut, das dann weiter mit seinen sechs Raptor-Triebwerken in Richtung der geplanten Flugbahn gedrückt hatte. Es hätte ja eigentlich ein Flug bis nach Hawaii werden sollen. Nach knapp neun Minuten Brennzeit hätte die Starship dann insgesamt genügend Geschwindigkeit haben sollen, um bis Hawaii zu kommen. Dem war dann aber nicht so. Also mit 24.000 Kilometer pro Stunde etwa in 150 Kilometern Höhe grob muss irgendwas schiefgelaufen sein. Was es genau war, das konnte auch SpaceX im Livestream nicht sagen. Es wurde dann vermutet von den Kommentatoren von SpaceX, dass das automatische Flugabbruchsystem aus irgendeinem Grund gezündet hatte, kurz bevor eigentlich der Brennschluss angestanden hätte. Zumindest die Telemetrie war verloren. Man hatte dann keinen Kontakt mehr mit dem Raumschiff, aber im Livestream wurde der ganze Flug eigentlich als Erfolg gewertet. Und so würde ich das auch werten. Also man hat ja das Ziel herausgegeben, ja, Stufentrennung, das ist das große Punkt, der einem Sorgen bereitet und den man ausprobieren möchte. Bis dahin hat alles hervorragend geklappt. Also die Triebwerke, es war ein sehr tolles Bild, die alle brennen zu sehen, aber natürlich dann auch die Stufentrennung zu sehen, wie das Abgas aus der Gitterstruktur des neuen Hot Staging Rings herausgeschossen ist und dann das Starship sich tatsächlich von dem Booster getrennt hatte, um dann seinen Weg zu machen. Es war ein Testflug, also die Erwartungen wurden absichtlich auch ein bisschen heruntergehalten, heruntergespielt. Es wurden viele der Ziele erreicht, die man gesetzt hat, die man bei diesem Flug hätte ausprobieren können. Natürlich nicht alle, aber ich glaube, das war eine beeindruckende Demonstration des Starship und seiner Fähigkeiten. Und wir hatten eine kleine Umfrage gemacht. Die meisten Leute sind doch tatsächlich der Meinung, dass in den nächsten drei Monaten da ein nächster Start erfolgt. Und das muss man auch sagen, die Hardware dafür wäre da. Das heißt, ein Start, wenn die Behörden und SpaceX keinen Grund sieht, dass man große Änderungen macht, sondern es sind jetzt viele, viele Daten gesammelt worden, dann denke ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in den nächsten drei Monaten wirklich auch einen neuen Startversuch erleben werden. Und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass bei dem Start dann tatsächlich das Starship auch bis zu einem Wiedereintritt kommen würde. Und wer weiß, vielleicht sogar auch der Booster, ein softes Landing im Golf von Mexiko absolviert. Bei allem Starship-Hype etwas Unschönes. Bereits letzte Woche hat die Nachrichtenagentur Reuters eine Recherche veröffentlicht, die von schweren Arbeitsunfällen bei SpaceX und einer laxen Arbeitskultur berichten. Reuters konnte bei SpaceX seit 2014 mindestens 600 Verletzungen von Mitarbeitern dokumentieren. Viele dieser Verletzungen waren schwerwiegend, führten zu Behinderungen, einschließlich Amputation, Verbrennung und sogar von einem Todesfall ist die Rede. Die genaue Zahl an Unfällen dürfte laut Reuters deutlich höher sein als diese 600, aber SpaceX habe die eigentlich vorgeschriebene Meldung von Arbeitsunfällen bei der US-Bundesbehörde für Arbeitssicherheit, OSHA, ignoriert. In den Niederlassungen und Jahren, für die Daten eingereicht wurden, ist die Anzahl an Unfällen um ein Vielfaches höher als im Branchendurchschnitt. Laut Reuters legen Berichte von Mitarbeitern sowie interne Unterlagen eine chaotische Arbeitsumgebung nahe, in der grundlegende Sicherheitsverfahren daher oft missachtet wurden, um aggressive Fristen zu erfüllen. Der Bericht ist mehrere Seiten lang und ich empfehle ihn zu lesen, ist auch unter dem Video verlinkt. Hier meine Meinung zu dem Thema. Arbeitssicherheit, das ist Unternehmenskultur. Wenn das nicht durch Vorgesetzte gelebt und kontrolliert wird, dann wird das auch nicht umgesetzt oder ernst genommen und dann passieren halt Unfälle. Darüber brauchen wir auch gar nicht groß diskutieren, weil es da genügend Untersuchungen zu dem Thema gibt, die das klar belegen. Eine Kultur der Sicherheit, angeführt von der Unternehmensführung und umgesetzt durch jeden Mitarbeiter und kontrolliert durch die Vorgesetzten, das ist essentiell, um Unfälle und Arbeitsausfälle zu minimieren und die Einhaltung von Arbeitsvorschriften zu gewährleisten. Die United Launch Alliance, kurz ULA, bereitet sich weiter auf den Start ihrer ersten Vulcan Centaur-Rakete am 24. Dezember vor. Ja, die Centaur-Oa-Stufe für diese Mission, die traf am 13. November in Cape Canaveral ein und wird jetzt für die Montage auf der Vulcan-Rakete, auf dem Vulcan-Booster vorbereitet. Vor dem Start der Rakete soll noch ein Wet-Rest-Rehearsal, also eine nasse Generalprobe der gesamten Rakete durchgeführt zu werden, um die Rakete auf Herz und Nier nochmal zu testen, bevor sie dann das erste Mal abhebt. Die Hauptnutzlast auf dem ersten Flug der Vulcan Centaur ist Astrobotics Peregrine Mondlander. Das könnte ja der erste kommerzielle Mondlander überhaupt werden. Unterdessen hat ULA-CEO Tory Bruno ein Video auf X veröffentlicht, das die Seherprobung für eine erste Stufen-Triebwerksbergung zeigt. ULA möchte im Gegensatz zur Falcon 9 nur die Triebwerkssektion wiederverwenden und nicht den gesamten Booster. Laut Tory Bruno lohnt sich das auch richtig, denn zwei Drittel der Kosten der ersten Stufe der Vulcan sollen auf die Triebwerkssektion entfallen und das entspricht der Hälfte der gesamten Rakete. ULA hat bisher 70 Vulcan-Starts verkauft, die sich etwa zur Hälfte aus militärischen Missionen und zur anderen Hälfte aus kommerziellen Flügen zusammensetzen. Der Verkauf der United Launch Alliance, der soll laut Ars Techniker kurz vor dem Abschluss stehen. Potenzielle Käufer, ein Private Equity Fonds, eine noch nicht genannte Aerospace-Firma, die ihr Space-Portfolio vergrößern möchte und die Raumfahrtfirma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Ist es schon wieder ein Jahr her? Am 16.11.2022 ist die größte und leistungsstärkste einsatzbereite Rakete, das SLS, zum ersten Mal abgehoben, um das Orion-Raumschiff nebst European Service Modul, um den Mond zu schießen. Ja, das war Artemis I und der nächste Flug des SLS, der wird dann mit Artemis II Crew tragen. Das ist für November nächsten Jahres geplant und so werden dann Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen die ersten Menschen seit Apollo 17 1972, die mit einem Raumschiff über den niedrigen Erdorbit hinausfliegen. Hashtag Apollo-Moment. Ja, Artemis I, schon wieder ein Jahr her. Apropos vergangene Raketenstarts. Am Sonntagabend, den 12.11.2022, hat SpaceX für SES die Kommunikationsathleten O3BM Power 5 und 6 von Cape Canaveral gestartet. Ja, und am Donnerstag, den 16.11., da wurde in China mit einer langen Marsch IIc ein Haiyang-Ozeanbeobachtungsathlet gestartet. Ich war leider immer noch leicht Corona-positiv, deshalb konnte ich nicht auf die Space Tech Expo in Bremen. Das ist ja die größte Raumfahrtmesse in Europa. Ja, auf der Space Tech Expo in Bremen wiederholte der Vorstand der Deutschen Raumfahrtagentur, Walter Pelzer, wie dringlich eine kluge Wahl der Prioritäten für die europäische Raumfahrt sei. Die aktuell kursierenden europäischen Projekte, wie ein crewfähiges Trägersystem, eine europäische kommerzielle Raumstation, ein Satelliten-Internet-Konstellationssystem und Missionen zur Deep Space-Erforschung, die seien zu breit gefasst. Laut Pelzer gäbe es aktuell weder das Budget noch alle Fähigkeiten in der Industrie sowie in der Wissenschaft, um das alles gleichzeitig zu realisieren. Wenn man alles parallel angehe, werde Europa nur mittelmäßige Ergebnisse erzielen können. Ja, ich hatte Walter Pelzer hier auf Svengrichstaat ja schon im Interview und auch da hatte er seine Überzeugung betont, dass wir in speziellen Bereichen, die wir für strategisch wichtig in Europa halten, weltmarktführend sein sollten, statt alles machen zu wollen und das dann eher so mittelgut. Wenn wir beim Thema europäische Raumfahrt sind, interessanterweise steht ja auch die Geo-Return-Politik der ESA auf dem Prüfstand. Über diese Regelung bekommen ESA-Mitgliedsstaaten ja Industrieverträge im Verhältnis zu ihren ESA-Investitionen garantiert. Das macht es der Politik dann einfacher, sich an Programmen zu beteiligen, weil ja die Mittel ins eigene Land zurückfließen. Zugleich jedoch steht es im Verruf, die Programme komplex und nicht kosteneffizient zu machen. Ein weiterer Schritt ist ja der Binnenwettbewerb beim Thema Trägerraketen. Hier soll die ESA als Ankerkunde auftreten und Startservices einkaufen und keine eigenen Trägerraketen mehr in Auftrag geben. Das wird nicht nur die deutschen Raketen-Startups, High Impulse, ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg freuen. Und da wären wir bei High Impulse. Es lag ja in der Luft. Jetzt hat das deutsche Raketen-Startup High Impulse am 14. November offiziell auf der Spacetech Expo in Bremen bekannt gegeben, dass der Erstflug der SR-75-Rakete von der Southern Launch Facility in Australien aus starten wird und nicht von den Shetland-Inseln. Ja, die SR-75 hatte High Impulse ja gerade für einsatzbereit erklärt. Die suborbitale Höhenforschungsrakete soll das Triebwerk für die geplante Orbitalrakete des Unternehmens flug erproben. Hybride Raketentriebwerke, die fristen ein Schatten-Dasein. Völlig unbegründet meiner Meinung nach. Denn High Impulse hat die ja auf ein ganz anderes Level entwickelt. Meine Episode über High Impulse, die verlinke ich euch unter dem Video. Ein Grund für diesen kurzfristigen Wechsel des Startplatzes durch High Impulse, der dürfte beim Betreiber des Startplatzes liegen. Laut Andrew Parsonson von European Space Flight hat das Shetland Space Center Schulden bei lokalen Firmen und es gibt Indizien, dass sein Kapital aufgebraucht ist. Die bedeutendste bisher fertiggestellte Anlage ist die Startrampe und der Starttisch für die Rocket Factory Augsburg. Die hat ja im Januar bekannt gegeben, dass sie exklusive Rechte an der bisher einzigen fertiggestellten Startrampe erhalten habe. Laut Betreibergesellschaft ist das Gesamtprojekt weiter aber auf Kurs. Bevor wir uns die kommenden Starts anschauen, geht hier wieder ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Ohne euch, da würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben und als kleines Dankeschön gibt es da ja für euch alle Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen Dank! Ja, von wegen kommende Starts, ich habe da bisher nur einen eingetragen und zwar in der kommenden Woche, da ist am Dienstag ein SpaceX-Starling-Start von der Cap Canaveral Space Force Station geplant. Vermutlich unter anderem deswegen, weil auch am Donnerstag der 23.11. in den USA Thanksgiving ist. Da ist dann relativ wenig los in den USA. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.